Was macht Sie rasen? Das ist eine gute Frage. Rasen macht mich erstens so Frauentheorien. Und Rasen machen mich Fragen wie, freut es dich, dass wir heute Abend was machen oder ist es dir wichtig? Da ist es dann schwierig. Und wie gesagt, meinst du das zurück anziehen oder das? Du siehst den Bein gut aus, aber es ist immer schwierig. Du siehst fantastisch aus. Danke!